und schon selber ich habe ja noch was für dich übrigens schmeiß es neben durch ein abgesägter schrotflinten mod ich kann helllicht wird kann ich baubaut munitionsfertigungspaket nahrungspaket was soll ich machen oder zweimal wasserfilter wasserfilter brauchen wir nicht mehr du hast die quest gerade abgebrochen freeman ist erscheint removed bei mir ja habe ich auch nicht ja säuberer das gebiet auch sehr nahe schön vielleicht muss ich danach erst mal kurz nach ich glaube ich fahre mal ganz kurz nach haus und holen mal ein bisschen was zu essen besondere aufgaben sind handelsruten das würde ich woanders hier hin mit dem cork nur ich gebe den gyrokopter ein bisschen schnell das ist ja also ich habe mal was geocopter gefliegen gemacht also das ist selbst da bin ich wahnsinnig geworden eigentlich ja die steuerung ist furchtbar beim gyrokopter und ich versuche es mal das nächste mal wenn ich was spiele hier vielleicht morgen oder dienstag moment ach mein schlafsack ist im gefängnis ich muss im gefängnis in neun setzen wenn wir da gut ist davon blut und dann ist richtig ich mache aber die quest hier das ist ein hohes level ich habe mir schon mal überlegt freeman ich würde gern irgendwann rache an diesem einen haus machen was uns ganz am anfang so richtig fertig gemacht habe ein wirst du dich hat mich vor kurzem gesehen jetzt die folge war lustig gab es einige ich starte oder du startest ja wir können ja die fitbox erst recht gehört diese komische praxis dieses praxishaus wo der keller ja genau macht jetzt hinter dir wieso will der mich hallo ich bin überhaupt achselber hat das gebiet erst mal erst mal rumballern dann schauen was muss ich eigentlich machen wo ich sollte mit den leuten verhandeln hoppla viel spät vielleicht lebt noch eine ich habe schon noch keine bekommen brauchst du ein black dragon brauchst du ein stahlknüppel leute ich habe schon wieder die quest nicht gekriegt ich habe keine ahnung ich habe sie nicht bekommen hast du beides aktiviert in der gruppe warte beide dinge verbündete und gruppe also geld automatisch aktiviert bei mir ich weiß nicht woran es liegt du kriegst ja trotzdem die erfahrung guck mal bei mir noch mal ob das ob das bei euch aktiv ist die quest ist bei mir aktiv genau soll doch mal gucken quest ist die stelle ach das ist das stoff bälle so ein scheiß so viel erfahrung bringen die quest glaube ich auch nicht oder die erfahrung geht gar nicht mir geht es um die belohnung eigentlich will ich mega crush die eigentlich nicht die geräusche sind immer so geil hier warum sind hier alle treppen kaputt fitnessstudio ein für die jetzt nicht weiter verdammt wir gehen wir weiter die scheiß dinge noch nicht so teuer waren würde ich ja öfters gehen wenn du bei mir bist ich habe im voll eingerichteten raum dafür ich habe ein halb über die treppe macht es im city mehr spaß irgendwie macht es gar nicht zu gehen mehr spaß ich habe keine zeit für sowas mehr genau das ist auch mein problem hi ich spreche die rücken krähte also geht es auch was ein leck leck trecken für dich hallo biker kommt schick zurück so ein biker schade das ist ja das habe ich gedacht dass wir nicht alleine sind hier liegt ein halb auf gegessen ich bin gerade drauf gelaut das hat quetsch gemacht hier drüben hier liegt ein ziemlich gut aufgegessen er hat es hat blub gemacht als ich ihn zerschnitten habe ist noch mehr zu säubern wie kommen wir wohl aufs dach müssen auf jeden fall höhere ist die küche ja da war ich schon das treppenhaus hin hier vorne geht doch okay da hat jemand block zum setzen nein 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 ist ganz runtergefallen ich habe hier war einer amt was soll das ach ich weiß nicht über so über so einem das ist das in manika ist ich glaube nicht dass es eine wohnung ist lustig hallo ich habe gerade angefangen hier aufzuhacken ich breche die knie nimm das nimm das haut drauf knüppel zieh knüppel zieh tu ihn weh ja da kommen aber etliche ja ich sehe ich schon man kann der glitschen das ist schön ich treffe gerade alles außer den typen ich bin infiziert irgendwo noch ja ein glück habe ich wohl nicht dabei und da kommt einer der ist gerade mal vorbei gerannt und vergammelt oder was so tot den haben wir sie geben der geier dreht oben wieder durch in den geier und in den geier hier kann man nur durchflächen du solltest mal gucken dass du dich heilt ich hast du noch was gehst du gefälligst ich es gerade was ich esse was da geht's komm her du kack geier habe ihn erwischt hier ist noch mehr was war das jetzt macht die decke kaputt ich kann die abbrechen wo bist du hier die tür die tür die tür kurs auf bist du unten oder ich bin unten ich bin unten kurz dahin kommst du denn oben du bist drunter geflogen du bist drunter gefeilt ja ich bin ins loch gefeilt wo ich komme ach nun der kann ich naja ich heiße es wenn du irgendwas aufbrichst du kannst nicht abbrechen mit escape ja ja ich sehe sie doch mit escape abbrechen hier ich leide hier guck mal hier und guck mal darüber wo es sieht auch ganz interessant aus aber das darf das sind auch gegner da drüben das war der letzte hier drüben da kommt man da drüben da ist was da kommen so drück zum händler kommt die verkloppt man noch aus müssen liegen da gute sachen und die will euch nicht mein problem ich gehe die kisten plündern die alte noch alle schon naja wenn sie jetzt noch was wenn sie jetzt noch lebt geht ihr dreckig erst mal ins gesicht geschlagen und dann noch die beine gebrochen beim unterfallen wahrscheinlich dieses klassische ja und hat überlebt ja sie lebt noch aber es ist kein schönes leben aber was war denn das gewesen das kenne ich irgendwo her simsons also verdammt verdammt ich falle immer tiefer ah ich bin unten wo ist mein auto hey was ist das hier so ein blödsinn ich hatte niemals diese verstärkte truhe geöffnet ich bin auch noch hinter dir ich bin schon unten ich kann nichts mehr aufnehmen Büchlein ich könne dir auch was geben das ist was für dich hund habe ich schon alles und er kloppt sich mit dem zombie orsen die süß wir haben doch hier ein treppenhaus das kann ich doch nutzen kackspinne ich habe da noch das letzte gebäude letzte tour noch leer gemacht ich bin runtergesprungen was soll das geht weg was das kommt da auf dich zu alles mögliche ohne explosion kräuter vorne nein lachs das gibt leckere brötchen frieber du kämpfst in deinem leben oh leckere brüchen da hat er meinen hund gefressen das dumme fiel hä wir warten jetzt unsere basis hallo ich komme gerade aus ich weiß nicht mehr wo unsere basis war ernsthaft irgendwo hier unten glaube ich ich weiß wo sie ist oder ob man sie mir das nicht mal ist jetzt als wegpunkt legen ich weiß es ja ich war hinterher ich gehe zum händler dass ich noch basis ich brauche ich brauche dringend essen kommt daher ich habe doch noch was ich brauche ich brauche meinen eigenen vorrat das ist wie in so einer beziehung manche leute brauchen einfach ereignis essen ja ist okay da ist irgendwo im dachboden und noch guter loot immer drin ja das sieht richtig aus ich glaube jetzt noch gerade aus oder ja sieht richtig aus bleib mal hier stehen öäh ah tuube toure übrigens möchtelein tube toure das war die mission die bei uns verbacked war okay aber vielleicht klappt sehr hier was los ich denke heute leute ich bin gleich oder da bin kurz weg aber ich habe die dicke weiter nehme ich noch mit gehe einfach gehe einfach eine kann ich auf die aufpassen ich bin schon im gebäude ich wusste dass du jetzt was da ist freeman es war so klar ich habe nicht zugehört jetzt lass mich ein unglaublich aufpassen sehr gut es ist schon mal es ist schon mal schief gegangen weil ich war beschäftigt in der nähe von ihm mit einmal wurde ich massiv überrascht und konnte ihm nicht helfen vielleicht vertraut ja nicht gleich und wieder erscheint sie auf ihrem schlafsack ja als er war gute dosen noch weil sie nämlich und den bock kaufe ich dir gleich wieder messbecher er braucht noch messe ableckt wecken heute noch ein spiel oder ja der ist noch da der ist bloß gerade raus mal gucken ob er jetzt die missionen kriegt schon mal kurz hochgehen war gerade jetzt gerade ein zombie elektrifiziert worden ist auch tot war so eine krankenschwester glaube ich naja ich verbessere die verteidigung noch 9 mm brauche ich ja gar nicht dann habe ich viel und magdum habe ich auch richtig viel gekriegt und ich kann das sogar einmal schrotflinte weg packen mittlerweile aber was brauchten wir alles für mineralwasser kannst du mal kurz gucken kannst du selber gucken aber ich bin gerade beim händler im innenland schätze beim vier hatte mal ich brauche ich kann es nicht herstellen aber ich glaube du brauchst das kohle und sand glaube ich mineralwasser oder die dose lachs kohle war richtig band nicht sonst nichts kohle goldmutenpflanze grüß an themen und wasser next mission habe ich noch so viel munition schädelbrecher nahkampf schaden hat das gefängnis beim schluss aber das jetzt schreien wo ist denn die alte ja ich sehe sie immer noch nicht sie hat geschrien die schreit noch mal auch hier ist er heilt ich möchte festhalten dass black dragon sich aber auch taktisch sehr unklug gestellt hat direkt an den rand ich wollte bei der nächsten mission auf euch ja wir müssen auch kurz abgeben ist das eine grüne schreierin ja interessant das wäre jetzt so eine schöne kettenreaktion wieder gewesen schreierin die schreierin rufen ja ich weiß wir hatten das schon mal das problem dann kann ich mir noch ein bisschen zu trinken von unten holen eine herausforderung werden schon mal blutmond ähnliche verhältnisse dadurch oh ja ich überlege gerade ob ich einfach noch was zu essen mache bis er wieder da ist woche ich habe sogar zeit da bin ich ja das war es mit der zeit ich habe gesagt ich überlege hat noch was zu essen zu machen während während du beschäftigt bist alles gut ich mache trotzdem noch was zu essen anja dann brauchen wir nicht könnte dir nudeln machen ich komme zufrieden gefordert oder da geht das mal eure mission ab ja er hat er keine jetzt kann ich seltsamerweise kann ich jetzt zu dir von filmen so gut schon mal anfangen und ich sehe jetzt wasser natürlich jetzt sowieso jetzt zuerst ist doch egal die projekte als sie wasser brauchen wir noch gibt's leckeren blaubeerkuchen auch alles was geht ja mit ein bisschen trinken habe ich hier mitgenommen das chili kann ich die chili hot dogs machen hoppla bist du es richtig macht dann wird es auch besser ein soldat kommt weg ein zombie wäre nehm da fleischiger direkt vorwürfe headshot weg worauf was brauchte ich denn für spagetti ach die rindfleisch ration natürlich muss ich lange mein gott sind ja viele zombies nein kannst du ja ich bin von der kirche ich wundere mich ja gerade wo ganz so ein bisschen kompakt da so praktisch lang richtig die ganzen wundere mich nicht wieder hallo schlange aber irgendwie war meine noch etwas overpowered ein schluss in den kopf oder wohnplätze kopf geplatzt aus vorsehen mit absicht reaktion platz gehabt auf die kriebe weiter und reine hundfisch abgedrückt dachte ich mir schon und dann löste sich aus versehen der schuss aus was dann löste sich aus versehen der schuss das kann ich aus dem schirm machen die schäme super richtig so jetzt haben auf jeden fall ordentlich was gemacht ich komme auch gleich ich bin geiler hinter der 2 sogar noch weg jetzt habe ich bin gleich soweit ich habe noch ein buch für dich hast du auch scharfschütze band 5 ja für mich ist eigentlich nur noch war ring interessant ich will ein brauchst du scharfschütze band 5 keine ahnung lies es einfach die wichtigsten sachen sollten wir eigentlich alle haben was ist denn hier los keine kacke an der b ist eine wanderhorde gekommen anscheinend mach ich doch warum hast du jetzt die feuer angemacht unten ja da kommen immer welche mindestens eine schreierin sobald du das feuer anmachst die schmiede oder ein koch also ein grill in dem sinne hast du mindestens eine schreierin in der base gegend das ist furchtbar keine schreierin sie wollen einfach so da schlimmer gemacht mindestens hast du sowas zu tun dass jedes mal verrottende sporttasche was hatten die verrotten das fleisch verrotten der ich bin überlastet du musst unbedingt stärke leveln ich habe noch steroider wenn du brauchst ich finde es nicht gut dass du deals freeman ich finde es nicht gut dass du die jetzt ich gehe ja nicht mehr nicht dafür wenn ich nur umsonst zu geben okay das macht sich nicht besser ich habe stolper entschieden bei level 6 habe ich glaube ich auch schon drauf mit mods ich habe kurz selber gefunden dann mach es einfach kaputt ne ich verkaufte dann ich schon nicht so was du musst du bei mir ein jahr ist alles stahl mit mods gib schnell die quest davon dann komme ich zu euch ja ja überhaupt noch nicht ja ich weiß vor größer gewährlaufen wollte ich nicht die munition aber ich krieg noch was nahrungspaket her damit habe ich jetzt die andere quest und das jetzt ist auch sechs und kann ja die wird mir angezeigt wie nehme ich die jetzt an stufe drei abholen eine mine ne ich habe komisch was ich habe nur sprengteile aber ich habe scharfschützen gewährende hand auch so wie kann ich die quest verfolgen äh tab und quest ja die wird mir angezeigt aber nicht rechts aber egal ist sie scheint da zu sein oben links müsste ich da sein ja ich komme einfach zu euch gesagt wenn ich tab und quest dann müsstest du die verfolgen können ne ich hab sie zwar gesehen aber keine ahnung ich würde wenn ich hier quest hier beende kriege ich 20.000 erfahrungspunkte extra zu den ganzen getöteten zombies ja ja klar okay es lohnt sich vielleicht doch die quest zu machen das sag ich ja das ist eigentlich top sowas bin sofort da muss nur noch ein paar steine jetzt wegschloppen ok oder überfährst die steine quasi ja mehr oder weniger moment wieso seid ihr nicht nebeneinander wir sind fast nebeneinander ich stehe oben hi hallo ah dieses haus aktiviert ich aktivierste bin ich dafür schon nah genug ja da kommt der hund 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 um die hecke ja kannst du nicht aktivieren hallo du hast ja nicht das muss freeman machen der hat sie angenommen du musst die aktivieren ne ich kann es nicht ich muss bloß daneben stehen oh dann muss ich wieder raus begibt diesen sammelpunkt ok aktivieren aber jetzt wird sie mir angezeigt ja gut vorräte suchen ein haufen messing voll geil sei doch froh ich habe nur noch eine woche urlaub das ist voll blöd ich habe ja schon alphas da hast du echt Probleme mit messing ja war das die alpha 15 war das nicht so schlimm gewesen oder 15 unter 15 konnte die jetons noch einschmelzen irgendeine hatten die es rausgenommen da war es echt knapp mit ja als freeman und ich eine zeitlang gespielt hatten hatten wir das problem da haben wir dann nur noch missionen gemacht und alles unter uns durchgeschlagen damit wir entsprechend munitionen kriegen für den blutmond was auch hier gegen die decken die decken geht kaputt da kommt jemand ich nehme den kopf ich habe den du hast die tante genommen dass die küchenhilfe kaputt gemacht erst habe ich den kopf kaputt gemacht aus dem wort die unwillig jeder macht das was auch versteht ich ich entpackt mal kurz meine nahrungspakete die ich gekriegt habe ich wissen was drin ist das ist gut wenn du bei nahrungsprobleme heißt das hilft ich habe das gemüse eintopf und wildbrett freigeschaltet oh ist ein tresor äh ich muss hier hin also meine vorräte sind hier unten aber meine sind hier oben auf dem regal warte mal friemann ja das sind auch meine ich habe vergessen danach zu suchen ja meine sind hier oben irgendwo meine sind wahrscheinlich bei dir ne meine sind ganz oben ich muss hoch na klar du bist unsere extra burscht wieso jeder von uns hat es auf einem anderen an einem stockwerk gehabt ein blacktracking hattet ihr genau da wo ich meine ja komisch zwei sind immer an der gleichen stelle oder ich höre zombie hallo geh weg geh weg böses zombie aus so geh kaputt alle benetreschen auf den ein ins gesicht also was von in your face achso du musst ja nur vorräte holen ne du musst ja eigentlich alle töten ne ne nur vorräte bringt die vorräte zurück steht hier bei mir aber hier unten ist der geile keller wo viele feinde sind blacktracking kommst du ja ich weiß ich kenne den mach ruhig weiter ja ist mal wichtige line reingefallen das war sehr lustig der ist dann unten rund gerannt und ich habe von oben die runter weggeschossen ich muss echt ganz aufs dach ich glaube ein spielschluss ab ah ne geht nein erstmal eine leckere chemsuppe ich habe ich ok die müssen irgendwo hier sein das nehmen wir noch fehlt den loot oh hier ist meine desser diegel wer braucht die gewähr mit samm ja gewähr warte 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 die ist wirklich gut die ist besser ja ich habe meine gefunden die waren auf dem dach darauf erst mal vergammelt einfach kurte steak ich habe großfahrt aus monschein gefunden wann habe ich das gefunden da hast du glaube ich 400 prozent nahkampfschaden bonus ja freunig freunig oh erbsen hast du gesagt brauchst du ne erbsen sind gut ja die brauche ich für shepherds pie und für den thunfischtoast ich gebe mal meine quest ab ich auch ich auch draußen sind cops gespawnt ach ne das geht glaube ich gar nicht mehr es ist nach 19 uhr so da geht es noch auch bis 20 uhr kannst du kann ich gleich noch eine annehmen dann können wir mal eine nachtmission machen wenn ich die ja klar freeman ich komme nicht mehr hier hoch bist du hier raus ich bin hochgesprungen ich habe auch parcours schon gelevelt ja das kann ich ja bei mir noch nicht ich muss ja anders machen warte ich helfe dir du schießt ein bein weg so springen komm jetzt muss ich deinen körper nur noch auf das eine bein konzentrieren ich wollte eigentlich sagen ja jetzt bist du leichter so jetzt müsste es klappen oh ein erdbocher level 6 na gott sei dank ein glück haben wir eigentlich nicht oh ich dachte du schießt daneben so schnell zum händler abgeben im lootback ist doch ein level 6 bohrer wenn ihr unbedingt wollt ich muss ja noch außen rum mindestens zwei oder drei stücken der base obwohl kann ich verkaufen ja deswegen sage ich ja ich habe keinen platz mehr sehr gut ich habe noch so ein paar nahrungsbücher für dich black dragon oh ja das bringt immer 4.000 ich kümmer mich gerade um die nachzügler hier erstmal solltest ich beeilen sonst hat er Händler zu ja das problem ist ich kann nicht so schnell rein oh drei verbandskästen die nehme ich ja nimm mit ach ich habe keinen platz warte kurz ah warum habe ich den firma kohle so ein schwachsinn ich habe mineralwasser hier ist auch gut ich kann bis 22 Uhr macht er zu erst na ich glaube schon ein bisschen eher man jetzt die Tür zu ich muss aber erst abgeben dann kann ich die andere mit annehmen blutbeutel hm mhm Vielen Dank.